hallo sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen collectors video und wir uns heute eine komplette display box der nba top class 2023 24 karts von panini anschauen wollen in einer solchen display box und das seht ihr ganz gut wenn wir sie mal ein bisschen durchs bild drehen befinden sich insgesamt 24 boosterpäckchen jedes davon enthält acht karten so dass wir auf insgesamt 192 karts in dieser box kommen ein boosterpäckchen kostet 2 euro macht in summe also 48 euro bisschen günstiger bekommt ihr das unter anderem in den bundle angeboten des panini online shops den entsprechenden link dorthin habe ich euch unten in die video beschreibung gepackt falls ihr euch auch noch mit den karten ausstatten und diese sammeln wollt so nachdem wir jetzt unsere box gesehen haben können wir uns eigentlich auch mal ins innere aufmachen muss das siegel hier vorne mal lösen und da haben wir sie unsere 24 boosterpäckchen mit jeweils acht karten die packen uns mal an die seite und die box vom tisch runter so dass wir ein bisschen platz haben und dann kann es euch auch fast schon losgehen wir werfen noch mal schnell einen blick auf ein solches boosterpäckchen auf dessen rückseite wir auch noch mal eine übersicht über die verschiedenen karten kategorien finden 270 karten gibt es insgesamt in dieser kollektion die sich je zur hilfe in base und special cards aufteilen und dazu hier unten im kleingedruckten noch der wichtige hinweis dass man in jedem 475 boosterpäckchen sogar eine karte mit originalautogramm von einem der nba stars ziehen kann so dann können wir eigentlich auch loslegen und schauen mal in unser erstes päckchen und finden dort als allererstes eine base karte von josh hart von den new york nix wer die karte noch nicht gesehen hat ich drehe sie euch mal ein bisschen ins licht da so eingearbeitet dieses top class logo und auf der rückseite sind die karten auch nicht leer sondern halten noch reichlich statistiken und infos zum jeweiligen spieler dann haben wir als nächstes bruce brown alex caruso dann unsere erste special karte mit einer rainbow master karte von luka donchich von den dallas mavericks auch da mal ein kurzer blick auf die rückseite dann haben wir eine max power karte mit robinson von den in new york nix dann unsere erste synergy karte von den olendo magic mit wagner und banchero und eine karte die bereits umgedreht ist mit john collins von den utah jess und das ist in dem fall eine base karte bevor wir dann zu unserer letzten ist special karte aus diesem pack kommen und das ist eine new sensation karte mit diesem tollen hintergrund effekt und die zeit uns der chat holmgren von den oklahoma thunder und dann wieder eine rainbow master karte diesmal mit booker von den phoenix suns und dann haben umgedreht clay thompson von den golden state warriors und das ist in dem fall eine karte in diesem klassischen schwarz weiß bei dem nur der schriftzug und das logo farbig sind und dann eine weitere special karte die wir noch nicht hatten eine supersonic karte mit maxi von den philadelphia 76s auch jemand blick auf die rückseite machen wir denke ich jetzt bis wir alle special karten einmal gesehen haben dann haben wir noch der weg von den celtics das ist normal base karte und da kommt unsere erste anbieter karte mit atetokumbo von den milwaukee bugs und das eine normale anbieter karte also keine der parallel erkennbar hier an dem weiß silbernen rand und nach ihr werfen noch mal einen blick auf die rückseite auf der wir dann auch noch mal dieses tolle action motiv sehen wir schnappen uns das nächste päckchen mit der base karte von book lopez haben thompson von den detroit pistons von den hornets dann eine weitere supersonic karte mit hero von den heat dann die synergy karte von den memphis grizzlies mit morant und jackson jr dann kommt umgedreht die karte von bruke lopez und das ist wahrscheinlich wieder eine winner karte dann haben wir luka donchich von den dallas mavericks diesmal als normale base karte und zum abschluss master class special karte von den milwaukee bugs mit robin lopez messer speckchen mit simmons von den trailblazers dann in den video von den netz beweg von den atlanta hawks dann wieder eine max power karte mit ade barrio von dem mai mit dann haben wir die synergy karte von den cleveland cavaliers mit garland und mitchell und eine weitere max power karte diesmal valence jonas von den pelicans dann haben noch die aaron fox von den kings als base karte und eine weitere new sensation karte von den portland trailblazers mit deandre ayton das speckchen beginnt mit der base karte von jabari smith jr dann haben wir michael porter jr ugeos alexander von den oklahoma city sander als special karten die winner karte von leonard von den clippers die supersonic karte von ivy von den detroit pistons rainbow master hielt von dem pacers dann müsste wieder eine base karte kommen mit mccolm von den pelicans und als letzte special karte im päckchen die master class karte von demar der rosen von den chicago bulls dann haben wir eine base karte von lukic von den phoenix suns in unserem nächsten päckchen folgte von portingues von den centix franz wagner im trikot von orlando magic die synergy karte von den golden state warriors mit steph curry und thompson dann haben wir kentavius kate will pope als winner karte und die rainbow master karte von mccolm von den pelicans dann nick klexton als base karte und die master class karte von westbrook von den clippers im nächsten päckchen finden wir maturin von den pacers dann jama murphy williamson die Synergy-Karte von den Dallas Mavericks mit Donchage und Irving, dann folgt die Max-Power-Karte mit Jordan von den Nuggets, die Supersonic-Karte von Garland, der Aaron Fox als Base-Karte und unsere nächste Unbeatable-Karte mit Tatum vorne, den Boston Celtics und auch bei der haben wir wieder die Standard-Variate gezogen. Nächstes Pick hier mit Bradley Beal, dann haben wir Jason Tatum und Anulori, dann die Supersonic-Karte von Irving von den Mavericks, Thompson als Rainbow Master für die Golden State Warriors, die Supersonic-Karte von Thomas, dann haben wir noch Jaron Jackson Jr. als Base-Karte und die New Sensation-Karte kommt in diesem Fall von den Houston Rockets und zeigt uns Fred van Vliet. So, damit sind wir durch mit unserem Päckchen. Im nächsten finden wir Bojan Bogdanovic, dann PJ Washington Jr., Karl-Anthony Towns und als Special-Karte Robinson als Max-Power-Karte, dann die Synergy-Karte von den Orlando Magic, die haben wir, glaube ich, zu Anfang schon mal gesehen. Möwe als Supersonic-Karte für die Hawks, dann Markely Falls von den Orlando Magic als Base-Karte und eine weitere Master-Class-Karte mit Jordan von den Nuggets. Dann geht es weiter mit Jalen Williams, Bogdanovic, Jalen Bronson, Clay Thompson als Winner-Karte von den Warriors, Maxi als Supersonic-Karte, dann haben wir Donchic noch mal als Rainbow-Master, Devin Booker als Base-Karte und die New Sensation-Karte von Thompson von den Detroit-Pistons. Im nächsten Päckchen finden wir Jane Ivey, dann Terry Rozier, den dritten, Wendell Carter Jr., die Synergy-Karte von den Memphis Grizzlies, dann haben wir Brook Lopez als Winner-Karte für die Milwaukee Bucks, die Rainbow-Master-Karte von Booker, dann kommt wieder zwischendrin eine Base-Karte von Nikola Vucevic von den Bulls und unsere dritte Anbietable-Karte mit Joel Embiid von den Philadelphia 76ers. Dann haben wir Paul George, Young von den Atlanta Hawks, Antin Tucumbo als Base-Karte, die Cleveland-Cavalier-Synergy-Karte, dann die Max-Power-Karte von Van Hans-Junas, Hero als Supersonic-Karte, dann Schanguinen als Base-Karte von den Rockets und die Master-Class-Karte von Lopez von den Bucks. Ich mag mich täuschen, aber das waren, glaube ich, alles Karten, die wir schon gesehen haben. Wollen wir mal hoffen, dass sich jetzt in Teil 2 nicht weiterhin so stark doppelt. Wir machen weiter mit Wendell Carter Jr. als Base-Karte, Daniel Williams, Bogdanovic, Steven Curry als Winner-Karte von den Warriors, Dennis Schröder als Supersonic-Karte, hier haben wir ihn noch im Trikot der Toronto Raptors, dann die Rainbow Master-Karte von Steph Curry, Jaron Jackson Jr. als Base-Karte und die Master-Class-Karte von den Memphis Grizzlies mit Derrick Rose. Dann geht's weiter mit der Base-Karte von Anten2Combo, dann haben wir Jaden Ivey, Terry Rose. Die Synergy-Karte von den Minnesota Timberwolves mit Towns & Edwards. Dann Giannis Anten2Combo als Winner-Karte für die Bucks. Rainbow Master-Hürther von den Kings. Dann haben wir Fulls als Base-Karte und wieder eine New-Sensation-Karte und leider die, die hier schon liegt, mit Thompson von den Pistons. Nächstes Pack hier mit Marcus Smart. Dann haben wir Mark Cannon von den Utah Jazz. Young von den Hawks. Die Synergy-Karte von Miami Heat. Mit Butler und Adebayo. Dann haben wir die Max-Power-Karte von Nurkic. Die Supersonic-Karte von Damien Nillard. Von den Milwaukee Bucks. Devin Booker als Base-Karte. Und unsere nächste Unbeatable-Karte ist in dem Fall Nikola Jokic von den Denver Nuggets. Und auch die in der Standard-Variante. Die farbigen Parallel-Varianten der Unbeatable-Karte sollen in jedem 20. Päckchen enthalten sein. Also eine müssten wir theoretisch aus dieser Box ziehen. Ein paar Päckchen haben wir ja noch vor uns. Wir machen weiter mit Butler von dem Miami Heat. Dann Mobley. Uli Bali. Die Supersonic-Karte mit Haley Burton von den Pacers. Dann Damien Lillard als Rainbow. Master-Karte. Noch eine Supersonic mit Brown von den Celtics. Dann Vucevic als Base-Karte. Und die Master-Class-Karte in diesem wunderschönen Rot. der Houston Rockets mit Jeff Green. Dann haben wir Anthony Davis. Clarkson. Brooks. Die Max-Power-Karte mit Turner von den Pacers. Dann die Synergy-Karte der Chicago Bulls mit Lewin und DeRosen. Yang als Supersonic-Karte. Dann erneut die Base-Karte von Shang-Gün. Und die New-Sensation-Karte von Harden von den LA Clippers. Weiter geht's mit Lively von den Mavericks. Der Rosen. Barret von den Raptors. Dann haben wir LeBron James als Winner-Karte für die Lakers. Eine weitere Supersonic-Karte mit Mitchell von den Cavaliers. Kennard als Rainbow Master für die Grizzlies. Alle Baio als Base-Karte. Und wieder so eine schöne rote Master-Class-Karte. Und es ist leider genau die gleiche, die wir eben schon gezogen haben. Mit Green von den Rockets. Nächstes Päckchen mit Sochan von den Spurs. Dann Van Vleet. Die Synergy-Karte von den Nuggets. Mit Jokic und Möwe. Dann haben wir nochmal Nikola Jokic. Diesmal als Winner-Karte. Edwards als Rainbow Master. Dann kommt wieder eine Base-Karte von Garland. Und auch hier erneut die gleiche New Sensation-Karte, die wir eben schon gezogen haben. Mit James Harden von den Clippers. Und darunter unsere nächste Anbietable-Karte. Und damit auch unsere erste Doppelte mit Joel Embiid von den 76ers. Dann geht es weiter mit McDaniels von den Timberwolves. Dann Kirkley von den Raptors. LeBron James als Base-Karte. Die Supersonic-Karte von Highland von den Clippers. Dann haben wir als nächstes Havis als Rainbow Master für die Pistons. Noch eine Supersonic-Karte mit Lawinen von den Bulls. Dann die Base-Karte von Monk. Und die Master-Class-Karte von den LA Clippers in diesem wunderbaren Blau von PJ Tucker. Dann geht es weiter mit Sabonis von den Kings. Wiggins von den Warriors. Kyrie Irving. Dann haben wir die Max-Power-Karte mit Davis von den Lakers. Die Synergy-Karte von den Clippers. Jamal Murray von den Nuggets als Winner-Karte. Dann haben wir Clint Capilla als Base-Karte für die Atlanta Hawks. Dann diese wunderschöne New Sensation-Karte mit Biel von den Phoenix Suns. Und das war schon wieder für dieses Päckchen. So, dass wir direkt zum nächsten greifen und damit unsere letzten drei Packs angehen. Indem wir die Base-Karte von Monk-Junas von den Pelicans finden. Dann haben wir Henderson. Die Max-Power-Karte von Clint Capilla. Dann haben wir Thompson von den Houston Rockets als Supersonic-Karte. Die Synergy-Karte von den Atlanta Hawks mit Young und Murray. Dennis Schröder diesmal als Base-Karte. Und dann haben wir noch die Masterclass-Karte von Paul von den Golden State Warriors im Päckchen. Und da ist unsere Unbeatable-Karte als farbige Parallel-Version. Und wir haben Anthony Tucumbo von den Milwaukee Bucks in dieser roten Parallel-Variante. Den Unterschied kann man deutlich an der Farbe der Schrift und dem Rahmen erkennen. Auf der Rückseite sehen die Karten gleich aus. Das Ganze leider ohne Nummerierung. Mit hätte es diese Karten vielleicht noch ein bisschen reizvoller gemacht, als einfach nur farbige Parallels zu drucken. So, dann kommen wir zu unserem vorletzten Päckchen. Mit Anthony Black. Dann haben wir Turner. Catwell Pope. Die Supersonic-Karte von Thomas von den Nets. Die Synergy-Karte von den Dallas Mavericks. Kevin Durant als Winner-Karte von den Suns. Dann haben wir noch Grant von den Trailblazers. Und die Masterclass-Karte von den Phoenix Suns mit Eric Gordon. So, dann sind wir bei unserem letzten Päckchen aus dieser 24 Päcks umfassenden Displaybox angekommen. Wir beginnen mit der Base-Karte von Ingram von den Pelicans. Dann haben wir noch Kevin Durant. Al Horford von den Celtics. Und unsere letzten Special-Karten sind Murray von den Hawks. Irving von den Mavericks. Thompson als Rainbow Master für die Golden State Warriors. Tyrese Hurley-Burton nochmal als Base-Karte. Und wir haben noch eine weitere Unbeatable-Karte in unserem letzten Päckchen. Mit Jimmy Butler von dem Miami Heat. Als letzte unserer 192 Karten aus dieser Box. Ja, das war ein schöner Abschluss dieser 24 Päcks der 2023-24 NBA Top-Class-Karten von Panini. Zwischendrin, fand ich, hat es sich ein bisschen arg gedoppelt. Aber vielleicht war das auch nochmal ein spontaner Eindruck. Und nach dem Sortieren der Karten sieht das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, ein paar richtig tolle Karten haben wir gesehen, wie ich finde. Seht's mir nach, wenn ich nicht immer was dazu gesagt habe. Wenn die Spieler gegebenenfalls inzwischen schon wieder bei einem anderen Team spielen. Das geht ja in der NBA zum Teil recht schnell. Und dafür bin ich einfach zu weit weg von dem Ganzen. Um da dann halbwegs qualifizierte Aussagen beisteuern zu können. Meine Expertise liegt dann eher bei den Karts und bei den Kollektionen selbst. Und ich finde, da ist es auf jeden Fall eine tolle Sache. Auch in der NBA-Karts in der relativ humanen Preisklasse sammeln zu können. Im Hobby-Bereich bei den Prism Select und weiteren Kollektionen, die es von Panini gibt, haben sich diese Boxen in den letzten Jahren ja doch zu einem ziemlichen Luxusgut entwickelt. Von daher diese Top-Class-Karten sicherlich eine tolle Sache für alle NBA-Fans. Wenn ihr noch nicht mit dem Sammeln angefangen habt und sie euch noch zulegen wollt, den Link zu den Angeboten des Panini Online Shops findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Und mit einem der dortigen Buddles steht dem Sammelspaß eigentlich nichts mehr im Wege. Alles was ihr noch zu dieser Box und den gesehenen Karten ergänzen möchtet, das könnt ihr jetzt natürlich noch unten ins Kommentarfeld packen. Ich freue mich da wie immer über euer Feedback. Und natürlich auch wenn ihr noch ein Like für dieses Video da lasst. Die Fatbags aus dieser Kollektion werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, hier aber noch nicht regelmäßig dabei seid, dann schnappt euch noch eins der kostenlosen Kanal-Abos. Und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!